Musik Auch dieses Jahr lockte die Technische Universität Kaiserslautern wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Studieninfotag auf den Campus. In den verschiedenen Hörsäen war es den Studieninteressierten möglich, sich zumindest für eine kurze Zeit wie richtige Studierende zu fühlen und sich zu den zahlreichen Studienfächern zu informieren. Auch konnten diese in den verschiedenen Talkrunden ihre Fragen zum Studium und dem Campus-Leben stellen. Auf dem Unigelände war es auch möglich, sich die unterschiedlichen Fachschaften, Institutionen und Aktivitäten der TU anzuschauen oder selbst auszuprobieren. Also ich habe einen sehr positiven Eindruck. Ich finde, hier sind alle sehr herzlich und auch die Vorträge, die wir bis jetzt uns angeschaut haben, die waren alle richtig persönlich, finde ich irgendwie. If you are very much interested in research field, it's a very good opportunity. There are a lot of extracurricular activities as well to just come out of the stress if you want. Ich finde es hier sehr schön. Ich finde auch die Ausstattung relativ modern. Ich habe mich dann jetzt heute auch dazu entschieden, hier eher zu studieren. Auf jeden Fall habe ich auch mitgenommen, dass hier ein relativ familiäres Verhältnis herrscht. Die ganzen Dozenten, sage ich mal, oder Professoren, die auch schon Vorträge gehalten haben, haben auch sehr sympathisch auf mich gewirkt. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, hier demnächst ein Studium zu beginnen. Ich bin nicht zufrieden und sicher gar nicht. Überall den grossen Leben in einemeresfeito Lämtern da zu gehen. Frage wel Schnellsahrt der Technik